Servus Angel Freunde und willkommen zu einem weiteren Video von RF4. Heute geht es wieder um das Gewässer Tunguska, um den Taiman und den Seesaibling. Ich habe vier Köder ausgetestet und zwei davon, das waren die handgemachten, liefen am besten. Ein Danke geht raus für RF66, für das er mir die handgemachten Wobbler zugeschickt hat. Vielen Dank. Der Cashel von mir hatte dann circa 1500 Silber an Wert. Das mit der Zeit stimmt nicht ganz so, denn ich hatte auch einige Pausen zwischendrin. Im Großen und Ganzen lief es echt gut und ich werde es heute Abend im Stream natürlich weiter versuchen. Meine Position, meinen Cashel und meine Quip seht ihr dann wieder am Ende des Videos. Dann wünsche ich euch dort viel Erfolg und Petri Heil. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.